Sie sind hier 18. Januar 2019, 22.19 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jan Siewert ist der nächste BVB-Trainer, der den Sprung in den Profifußball schafft, Urheberrecht wird die Sport1 München, Jan Siewert soll neuer Trainer von Huddersfield Town werden und David Wagner beerben. Sport1 zeigt Dortmunds Trängerschmiede. Ex-BVB-Coach auf Ex-BVB-Coach, Jan Siewert wird offenbar neuer Trainer von Huddersfield Town und damit Nachfolger von David Wagner. Seitdem ein gewisser Jürgen Klopp bei den Schwarz-Gelben seinen Durchbruch hatte, sind deren Trainer auf dem Markt heiß begehrt, Sport1 zeigt, für welche Übungsleiter die Borussia ein Karrieresprung beritt war und wohin sie ihr Weg geführt hat. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr priviert 4.000 das